Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für halbierte Rotweinbirnen. Halbierte gefächerte Rotweinbirnen sind eine ideale Beilage zu Wildgerichten. Für vier Personen werden folgende Zutaten benötigt. Zwei große feste Birnen, ein Esslöffel Zucker, 0,5 Liter Rotwein, zwei Nelken, ein Stück Zimtstange, Korianderkorn. Folgende Utensilien werden benötigt. Engertopf mit Deckel, Feinsieb, Sparschäler, Kugelausstecher. Zubereitung Die Birnen schälen, halbieren und das Kerngehäuse mit einem Kugelausstecher entfernen. Zucker, Rotwein, Gewürznelken, Zimtrinde und Koriander in einem Topf auf die Hälfte einreduzieren lassen. Die Birnenhälften zugeben, diese mit einem Deckel bedeckt etwa drei Minuten leicht köcheln lassen und eine Stunde beiseite stellen. Anmerkung Den Sud durch ein Feinsieb in eine Schüssel abseihen, diesen aufkochen lassen, mit etwas Stärke oder Puddingpulver, Vanillegeschmack, binden und als Soßenspiegel zu diversen Desserts verwenden, zum Beispiel Moon Mousse. Besonders lecker als Beilage zu Wildgerichten Diese Varianten gibt es Halbierte Weißweinbirnen Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!